Hallo Wilco, du hast uns einen Stand von Bosch eingeladen, hier auf der EICMA, weil du uns was zu zeigen hast, was mit Smartphones und Motorrädern zu tun hat. Richtig genau, und zwar geht es also nicht nur um Smartphones, sondern um Connectivity insgesamt bei Motorrädern. Das heißt, du meinst, vernetzte Systeme im Motorrad, aber dann eben auch Smartphone-Integration und Smartphone-Connectivity, die wir ins Motorrad bringen wollen. Was soll denn ein Smartphone am Motorrad können? Ich möchte mit meiner KT-Honda Saki nicht telefonieren. Richtig, das Smartphone soll auch gar nichts am Motorrad können, sondern das Smartphone soll eigentlich in deiner Tasche bleiben, damit es auch nicht irgendwie beschädigt wird oder irgendwas drankommt, das ist ja auch nicht wasserdicht. Sondern das Smartphone soll dann aber trotzdem mit deinem Motorrad verbunden sein und die Apps, die du dann auf deinem Smartphone hast, kannst du dann auch auf deinem Motorrad während der Fahrt halt benutzen. Und was muss am Motorrad dafür vorbereitet sein, damit sowas funktioniert? Ja, das Motorrad muss erstmal das entsprechende Display dafür haben, wie zum Beispiel unser ICC, also Integrated Connectivity Cluster, womit man dann das Smartphone direkt verbinden kann. Und dann unsere Softwarelösung MySpin, die dann direkt die Smartphone-Apps auf dem Motorrad-Display anzeigen kann. Wer braucht sowas? Eigentlich jeder. Heutzutage hat jeder ein Smartphone. Apps, Touring-Apps, Navigation-Apps und so will man immer im Motorrad auch benutzen. Das heißt, für die Leute ist es genau das Richtige. Kann ich mir sowas hier schon angucken? Also ich habe ein Smartphone dabei, kann ich mich da schon einklinken in ein fiktives Motorrad? Ja, wir machen es dann vielleicht mit dem Smartphone, das wir hier liegen haben, weil wir da wissen, dass es auch verbunden ist. Aber wir haben da hinten eine Lösung und die können wir uns gleich zusammen angucken. Das also ist so ein Display. Ich sehe ein KTM-Logo an der Seite. Was genau sehe ich hier? Das hier ist das Integrated Connectivity Cluster. Das ist jetzt bei KTM in Serie gegangen, dieses Jahr hier auch auf der EICMA vorgestellt. Wir haben es gesehen. Und das ist praktisch die Grundlage für die Smartphone-Integration, über die wir ja schon gesprochen haben. Wenn man also Informationen vom Smartphone im Bike wiederhaben will, dann braucht man so ein Display. Das verbindet sich automatisch mit dem Smartphone. Und dort kann man dann die Apps, die man auf dem Smartphone laufen hat, auch hier im Display bedienen. Verbindet sich, heißt WLAN, Bluetooth? WLAN und Bluetooth, beides ist hier drin. Die Verbindung dann über unsere MySpin-App läuft dann über WLAN. Und welche Daten können übertragen werden? Das hängt ganz davon ab, welche Apps auf dem Smartphone laufen. Das Display selbst zeigt natürlich auch Daten aus dem Motorrad an, liest die Daten aus dem Kambus aus. Und dann haben wir Apps auf dem Smartphone laufen, die dann letztendlich auch hier im Display angezeigt werden können. Und da ist es ganz davon abhängig, welche Apps du auf deinem Smartphone laufen hast. Die gibt es dann, die sind MySpin-fähig. MySpin ist unsere Smartphone-Integrationslösung. Und diese Apps können dann entsprechend hier auf dem Display angezeigt werden. Sag mal ein Beispiel, was könnte das für eine App sein? Das könnte zum Beispiel eine App sein zum Body-Tracking. Du siehst, wo deine Kumpels gerade rumfahren, du bist auf einer Motorradtour, warst etwas schneller unterwegs, siehst, wo die gerade unterwegs sind. Das kann eine Navigations-App sein. Spotify zum Beispiel zum Musikhören ist auch eine Möglichkeit, um es dann einzubinden. Das sind ja dann doch durchaus eine Menge private Daten, die ihr da hin und her schiebt. Wie kann ich sicher sein, dass da keiner unbefugt Zugriff drauf hat? Datensicherheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber Bosch hat da eine Firma, nennt sich E-Script, kümmert sich insbesondere um das Thema Datensicherheit. Und wir haben da eine lange Erfahrung auch aus dem Passenger-Car-Bereich. Und deswegen nehmen wir da schon das Thema Datensicherheit sehr ernst und sorgen dafür, dass die Daten entsprechend sicher und verschlüsselt sind und ausgetauscht werden. Und dazu gehört auch, dass sich niemand mit einem fremden Handy einfach in mein Motorrad reinhängt und losfährt? Ja, natürlich, genau. Das wollen wir ja nicht. Okay, ich danke dir herzlich. Ich bin gespannt, wann ich das dann auch brauche. Ich fühle mich fast ein bisschen zu alt dafür. Hast du sowas? Noch nicht, leider. Im Moment ist es ja nur auf der KTM verfügbar, dieses Display hier. Und mit der Smartphone-Integrationslösung werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Und wie viel Stück oder in welchen Einheiten denkt ihr da für Europa? Ein Stückzeilen kann ich so noch nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass es ganz schnell ganz viel Anklang finden wird. Ich meine, jeder rennt mit dem Smartphone rum und jeder Motorradfahrer möchte auch die Apps, die er auf seinem Smartphone hat, während der Fahrt nutzen. Deswegen bin ich sicher, dass das ein sehr erfolgreiches Produkt wird. Ich bin gespannt. Wir reden nächstes Jahr an dieser Stelle genau nochmal darüber. Danke dir, Wilco. Alles klar. Vielen Dank.